Riesentipp an alle, die in die Schweiz wollen, geht nach Wien, Leute, wirklich hundertprozentig. Wien ist wie die Schweiz auf 450 Euro Basis, ne, wirklich der Hammer. Ihr müsst da hingehen, Leute. Schweiz viel zu teuer. Ich war am Flughafen, wollte 500 Euro wechseln, die Schweizerin hat mir nix mehr zurückgegeben, ne, wirklich. Also, vielen Dank, die Wechselgeböne sind nun gedeckt. Auf jeden Fall in Österreich sind die Sprichwörter am besten. Für das haut's mich aus den Socken, sagen die, das halts mein Badel auf Seiden. Ich schwör's euch, wirklich. Für die, die nicht wissen, was das bedeutet, das heißt, es haut mein Glied auf die Seite, wirklich, Leute, ist unfassbar. Jeder macht das. Afrikanische Österreicher sagen, das halts mein Badel um die Hüfte, ne, das ist krass, Leute.